Bundesweit werden jährlich über 100.000 Leitungen beschädigt. Zum Glück gibt es einfache Regeln, um Schäden zu vermeiden. Meine Leitungsauskunft. Hier kann ich die Lage und den Verlauf der Leitungen erkennen. Damit es für alle Beteiligten sichtbar wird, übertrage ich die Maße aus dem Plan und markiere den Verlauf der Leitung auf der Erde. Als Regel hat es sich bewährt, einen Suchgraben zu machen, um den genauen Leitungsverlauf zu erkennen. Wenn Sie vermuten, dass Sie sich in einem Spannungstrichter befinden, fassen Sie keine Gegenstände an. Bei Beschädigungen der Fernwärmeleitungen besteht Verbrühungsgefahr, da heißes Wasser durch die Rohre fließt. Schrömt Erdgas zum Beispiel durch eine defekte Hausanschlussleitung in ein Gebäude ein, besteht innerhalb weniger Minuten höchste Explosionsgefahr. Wenn nun doch trotz der Vorsichtsmaßnahmen etwas passiert, sollten Sie den Schaden sofort melden. Wichtig ist, dass Sie alle diese Regeln kennen und sich daran halten.